Willkommen auf dem TraderLive Kanal, vielen Dank, dass du heute wieder eingeschaltet hast. In diesem Video erfährst du meine Chips für die 160.000 Euro Challenge bei FDMO. Bleib auf jeden Fall dran und lasst ein Like und ein Abo da, das Ganze würde mich dementsprechend supporten. Wir starten auch direkt mal beim Anfang und zwar müssen wir 16.000 Euro erwirtschaften. Das ist natürlich ein sehr sehr hoher Betrag und ich habe das Ganze einfach mal hier rechts aufgelistet. Also das Ziel liegt bei 16.000 Euro, maximal dürfen wir verlieren aus 16.000 Euro, Profitziel ist natürlich die 16.000 Euro. Maximaler Tagesverlust liegt bei 8.000 Euro und ich habe einfach mal die Trading Tage auf 20 beschränkt. Viele sagen jetzt, man hat doch 30 Tage Zeit. Ja, man hätte 30 Tage Zeit, aber am Wochenende könnt ihr nur Kryptowährungen handeln und auf diesem Kanal traden nicht so viele Leute die Kryptowährungen und deswegen würde ich das Ganze einfach mal auf 20 Tage beschränken. Wir starten auch mal direkt beim Anfang. Ich habe hier ein Risiko pro Trade auf 800 Euro vorgegeben. Wie komme ich dann auf diese 800 Euro? Das Ganze kann ich leicht erklären und zwar habe ich einfach meinen Tagesverlust genommen. Wir können auch das Ganze einfach mal hier ganz kurz berechnen. Also hier habe ich den Rechner offen. Ja, und ich möchte einfach mit diesem Tagesverlust arbeiten. Ja, also ich möchte nicht komplett alles verlieren und deswegen beschränken wir das Ganze ein bisschen. Und wie machen wir das? Indem ich einfach den Tagesverlust nehme. Ja, und teilt diesen einfach mal durch 10. Warum durch 10? Ja, diese 10 gibt die Loose-Streak vor. Also nehmen wir an, wir hätten 10 Mal hintereinander verloren. Dann hätten wir erst jetzt unseren Tagesverlust erreicht. Also wir dürften eigentlich nur 7999 Euro verlieren. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Und keine 8000 Euro direkt, das seid ihr schon raus. Ja, und deswegen am besten unter den 8000 Euro immer bleiben. Aber das ist einfach mal so ein kleiner Richtwert. Ja, und manchmal habt ihr natürlich auch mal einen Loose-Streak. Ja, also da habt ihr mal einen Verlust-Trade, noch einen Verlust-Trade und so weiter. Und wir gehen jetzt mal vom schlimmsten Fall aus. Und deswegen begrenzen wir das Ganze eben auf 800 Euro pro Trade. Weil würdet ihr beispielsweise mit 5000 Euro pro Trade handeln, ja, und dann macht ihr einen Fade-Trade, dann könnt ihr euch nicht noch einen erlauben, weil dann hättet ihr theoretisch schon den Tagesverlust überschritten. Deswegen reduzieren wir das Ganze. Und viele Leute möchten das immer nicht so wahrhaben, dass das so wichtig ist. Aber das ist wirklich der Schlüssel, ja. Also wir haben das Ganze mal auf 800 Euro beschränkt. Finde ich persönlich immer noch sehr hoch. Allerdings müssen wir bei der Challenge ein sehr großes Profitziel erreichen. Und deswegen ist das Risiko dementsprechend ein bisschen höher angepasst, ja. Wie gesagt, das alles ist keine Anlageberatung und so weiter. Das ist nur meine persönliche Meinung und meine ungefähre Vorgehensweise. Ja, so das heißt, wir haben diese 800 Euro. Und jetzt müssen wir erstmal überprüfen, wann hätten wir die 16.000 Euro geknackt. Und wir haben hier mein schönes Tool, ja. Dieses Tool gibt es auch, wenn ihr euch unten in der Beschreibung bei einem Broker anmeldet von mir über den Affiliate-Link. Da könnt ihr dann mir eine separate E-Mail schreiben, dass ihr euch da angemeldet habt. Ja, dann wird das Ganze nochmal kurz überprüft. Und sobald alles gepasst hat, schicke ich euch diese Excel-Liste zu, ja. Ich mache das Ganze eben so, weil ich teilweise so viele E-Mail-Anfragen bekomme. Und im Prinzip muss ich alles alleine beantworten. Ich habe keine Mitarbeiter da und das Ganze würde mich auch ein bisschen supporten. Genau. Folgendermaßen jetzt nochmal ganz kurz hier zu diesem Tool. Also wir haben einfach mal diese 800 Euro Risiko pro Trade eben angegeben. Wichtig ist, was heißt das Ganze für uns? Wir dürfen bei einem Trade nicht mehr als 800 Euro verlieren. Das ist eben ganz wichtig. Wir müssen uns auch strikter daran halten. Und das ist eigentlich der wichtigste Part an dieser Geschichte. So, und jetzt haben wir hier links die Winrates aufgelistet. Und jetzt sagen natürlich viele, hey, ich habe eine 80-prozentige Winrate, ich habe eine 90-prozentige Winrate. Also ich finde das natürlich alles schön und gut für euch, wenn jemand das so sagt, ja. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr ein höheres Chancen-Risiko-Verhältnis habt, ja, dann könnt ihr einfach diese hohen Winrates nicht mehr einhalten. Und hohe Winrates sind meistens eher mehr was für Scalper, ja. Das sind meistens Scalper. Und ich kann euch sagen, meistens passiert dann euch irgendein Fail, ja. Da passiert irgendwas und dann ist das Konto vielleicht mal mit einer Trade wieder weg, ja. Weil dann könnt ihr irgendwie das Risiko nicht richtig managen. Und deswegen ist meine Empfehlung, lieber ein größeres Chancen-Risiko-Verhältnis zu wählen. Und das sehen wir hier eben auf der rechten Seite, ja. Zum Beispiel hier ein 1 zu 1, ein 1 zu 1,5, ein 1 zu 2, ein 1 zu 2,5. So ist diese Tabelle eben hier aufgebaut. Und hier können wir auch eben noch die Wins und die Looses eben sehen, ja. Fail-Trades, Win-Trades, ja. Und in Risiko-Pro-Trade. So, und ich kann euch jetzt demonstrieren, beziehungsweise, genau. Also ich kann euch jetzt auf jeden Fall erstmal demonstrieren, dass man in der Regel zwischen 30 und 50% schwankt. Also meine Win-Rate liegt immer ungefähr aktuell bei 38%, ja. Und deswegen gehe ich auch mal in diesem Beispiel so von ca. 40% aus. Ja, also 40% Win-Rates sind sehr realistisch im Day-Trading, ja. So, und jetzt können wir sehen, wir traden insgesamt in diesen 20 Tagen 10 Trades. Also wir machen 10 Trades in 20 Tagen. Und wir können sehen, wann erreichen wir denn die 16.000 bei einer 40% Win-Rate. Können wir überprüfen. Die ist hier gar nicht auf der Liste gekennzeichnet, ja. Also ich gehe hier nochmal mit meinem Kopf weg. Da können wir hier sehen. Ist nicht vorhanden. So, was wir hier allerdings sehen, die 16.000, wäre bei einer 50% Win-Rate drinnen. Allerdings bräuchten wir ein 1 zu 5, ja. Ein 1 zu 5, Chancen-Risiko-Verhältnis. Und ein 1 zu 5 ist sehr, sehr unrealistisch, ja. Das ist eher mehr was für Swing-Trader, das sage ich mal. Aber als Day-Trader ein 1 zu 5 ist nicht allzu oft. Natürlich gibt es das, ja. Aber ich kann sagen, das ist eher nicht so wahrscheinlich aus meiner Erfahrung, dass man immer 1 zu 5 tradet. Deswegen ist meine Empfehlung, was macht man dann, ja. Also wie kann man das Ganze denn verbessern? Und das Ganze ist ganz einfach, indem man einfach die Anzahl der Trades erhöht, ja. Wir erhöhen jetzt einfach mal diese Anzahl der Trades auf 60. Ja, hört sich ein bisschen viel an, aber ist eigentlich gar nicht so viel. Und wir können jetzt sehen, die Tabelle wird unglaublich grün. Und das ist natürlich ein guter Punkt. Und dann gehen wir natürlich auf die 40% Gewinn-Rate, ja. Die, sage ich mal, ungefähr der Durchschnitt hat, ja. Hier unten. Ich hoffe, man kann das hier sehen. Hier sind wir, ja. Beziehungsweise, ich scrolle noch ein bisschen, genau. Und jetzt gehe ich mal ein bisschen nach rechts und schaue, wann würden wir denn die 16.000 Euro erreichen. Und wir können hier sogar sehen, die 16.000 hätten wir schon erreicht bei einem Chancenrisikoverhältnis von 1 zu 2,5. Und wir könnten uns sogar eine 38% Gewinn-Rate erlauben, ja. Bei einem Chancenrisikoverhältnis von 1 zu 2,5. Und wir würden unser Profitziel erreichen. Natürlich müssen wir ein bisschen aufpassen wegen den Verlusten, ja. Also wenn wir zu viele Loose Streaks haben, da könnten wir theoretisch so viel maximal verlieren, ja. Das heißt, ihr müsstet auch mal einen Tag zum Beispiel mal aussetzen, wenn das mal der Fall sein sollte. Aber ihr könnt bei einer 38%igen Win-Rate erwarten, bei 60 Trades, dass ihr das Ganze besteht, ja. Bei einem Chancenrisikoverhältnis von 1 zu 2,5. Und das Ganze ist so wichtig zu verstehen, ja. Also umso mehr ihr tradet, umso einfacher wird das Ganze. Und jetzt sagen viele, ja, 60 Trades sind unglaublich viele. Wie kann man das denn machen, ja. Und wir haben ja 20 Tage Zeit, ja. Das heißt, wir nehmen einfach die Trades, die 60 Trades und teilen sie natürlich durch die Anzahl der Trading-Tage 20. Und dann kommen wir logischerweise auf die Zahl 3. Das heißt, wir müssten 3 Trades setzen pro Tag in diesen Trading-Tagen, ja. Und dann würdet ihr nach 20 Tagen dieses Ziel eigentlich fast erreichen. Ja, entweder fast erreichen oder natürlich erreichen, kommt eben darauf an, wie es dann eben läuft, ja. Von den Win-Rates und so weiter. Aber das ist, sage ich mal, erstmal laut der Theorie eine schöne Grundbasis. Und ich hoffe, das bringt euch schon weiter, ja. Also dieses Risikoverständnis ist enorm wichtig. Und meine Empfehlung ist eben auch, dass man am besten immer ein 1 zu 2,5 tradet oder ein bisschen mehr. Wenn möglich natürlich. 1 zu 2 nehme ich teilweise auch mal mit, ja. Wenn ich merke, der Markt, der möchte nicht mehr mehr für mich gehen, ja. Da ist nicht mehr viel Volatilität am Markt. Dann nehme ich auch mal 1 zu 2 mit. Ist auch mal in Ordnung. Der kann man mal so ein bisschen variieren. Aber ich möchte einfach in diesem Beispiel hier erklären, dass es eher realistischer ist, wenn man eher mehr in den Win-Rates-Bereich arbeitet, der eher ein bisschen kleiner ist als 70% und so weiter. Also die meisten liegen deutlich unter 50%, ja. Wenn ihr natürlich eine 70%ige Trefferquote habt, dann habt ihr das Ganze natürlich noch viel schneller geschafft, theoretisch. Ja, das ist klar. Ich hoffe, dass dieses Video euch ein bisschen weiter geholfen hat. Ich würde mich auch um einen Kommentar beispielsweise freuen. Und man sieht sich dementsprechend im nächsten Video.